Meine Weisheitszähne wurden rausoperiert und jetzt habe ich hier unten so einen richtig dunklen blauen Fleck. Woher kommt das? Und vor allem, was kann ich dagegen tun, damit der schnell wieder verschwindet? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und auch Fachzahnärztin für Archäologie. Ja, diese Frage wurde mir jetzt des Häufigen unter den YouTube-Videos einfach gestellt. Und du siehst, es ist das neue Thema für das nächste Video geworden. Und deswegen, wenn du einfach eine spannende Frage hast, die dir auf dem Herzen einfach brennt, schreib die unter meinen YouTube-Videos. Ich versuche wirklich alle Kommentare zu lesen und vielleicht bist du mein nächstes Thema. So, aber zurück zum Thema. Warum ist da jetzt so ein blauer Fleck und vor allem ist das schlimm? Wie wirst du das wieder los? Dazu lässt sich Folgendes sagen, du kannst das so ein bisschen vergleichen, als wenn du dich extrem irgendwo gestoßen hast. Ja, dieser blaue Fleck ist einfach ein Hämatom. Das ist eingeblutet letztendlich in dein Bindegewebe. Hier, ja, letztendlich so ein bisschen wo deine Wange ist. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen für dich auseinander zu klamüsern. Wo ist das eher? Bei wem passiert das eher? Und da ist auch schon eine erste Einteilung. Das Ganze hängt so ein bisschen davon ab, wie schwierig und aufwendig vielleicht deine Zahn-OP war. Ich will das jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenfassen für die Weisheits-Zahn-OP. Und da kannst du zum Beispiel immer sagen, im Unterkiefer, wenn geschnitten und gebohrt werden musste, ist meistens der Eingriff so ein bisschen schwieriger als im Oberkiefer. Woran liegt das? Schau, der Unterkiefer an sich hat einfach eine viel härtere Knochenstruktur. Das heißt, wenn wir Weisheits-Zähne zum Beispiel rausbohren müssen, fräsen, wie es auch heißt, dann ist es einfach so, dass der Knochen viel mehr manipuliert werden musste. Und dadurch gibt es einfach eine stärkere Blutung. Und da siehst du schon, je nachdem, wie lange vielleicht auch ein Eingriff geht, wie schwierig, wie schräg, wie tief dein Zahn einfach an den Knochen verbuddelt war, ja, desto aufhängiger ist es natürlich für uns Chirurgen oder Oralchirurgen, Zahnärzte, den ganzen da letztendlich aus diesem Knochen rauszufräsen. Desto länger bluten einfach Gefäße und auch die Knochenstrukturen. Kurz Break, ich habe eine Bitte an dich. Wenn du mich unterstützen möchtest, weil du etwas von mir lernen konntest, profitieren konntest von meinen Videos, dann würde ich mich total freuen, wenn du die Videos einfach mit Family und Friends teilen würdest. Meine Videos liken und kommentieren würdest und mir auch gerne ein Abo schenkst, weil dann werde ich einfach bei YouTube noch besser in die Sichtbarkeit rutschen, wir können gemeinsam wachsen und mehr Menschen drin davon profitieren. Weiter geht's. Und jetzt geht das Blut einfach auch so ein bisschen in dein Bindegewebe. Und da kommen wir zu der nächsten Klassifizierung letztendlich. Wir Frauen neigen einfach eher dazu, dass es einblutet und dass es dann halt auch außen sichtbar wird, weil wir einfach ein lockeres und weniger Bindegewebe haben. Die Männer haben eher so ein bisschen kompakteres Bindegewebe. Und man muss dir einfach vorstellen, dass dieses Bindegewebe diese Blutung auch so ein bisschen aufhält. Ja, und es gibt natürlich noch den Grund einfach von Blutverdünnern. Aber ich hoffe, dass viele von euch jetzt im jungen Alter da noch keine Medikamente nehmen müssen. Es gibt diese Menschen, die da auch schon Blutverdünner nehmen müssen, die natürlich einfach dann auch vor der OP richtig eingestellt werden müssen. Aber natürlich gibt es immer auch noch so Langzeitwirkungen. Das heißt, die Tendenz ist natürlich schon da, dass solche Menschen einfach stärker und länger bluten. So, jetzt bin ich für dich einfach tatsächlich auch mal durch YouTube einfach so durchgejagt und habe mir einfach mal so angehört, was empfohlen wird, dagegen zu machen. Und als aller, allererstes, das ist mir extrem wichtig, an dieser Stelle einfach zu sagen, bitte keine Wärme. Ich habe das irgendwie gelesen, so nach dem Motto, blaue Flecken, wie werde ich die schnell los? Da wird empfohlen, mit Wärme zu therapieren, am besten noch in so ein warmes Dampfbad zu steigen. Bitte nicht, das ist für diese Art von frisch operierten blauen Flecken echt Schwachsinn. Ich habe das mal erlebt, dass ein junger Mann sowas gemacht hat, der hat nicht gekühlt mit Kälte, sondern hat er einfach Wärme draufgepackt und dem ist das echt explodiert. Der hatte danach so eine Wange. Also Wärme ist echt kontraproduktiv. Damit wirst du diese blauen Flecken nicht los, sondern dein gesamtes Krankheitsbild, sage ich mal, oder dein Zustand nach diesem Eingriff wird einfach sich dramatisch verschlechtern. Mach das nicht. Also, wichtig ist, dass du gleich nach dem Eingriff, egal wie gut es dir am ersten Tag geht, kühlen. Viele von euch schreiben mir einfach, ja, ich habe gerade vor vier Stunden die Weisheitszähne rausgenommen bekommen, mir geht es super und ich weiß gar nicht so ungefähr, was ihr habt. Und am nächsten Tag, da geht es dann so ein bisschen höher, höher, bergab. Bitte kühlen. Ich verlinke dir oben einfach nochmal das Video, wie du richtig kühlst. Dadurch machst du auch so ein bisschen die Gefäße zu, damit hören die Blutungen einfach auf, weil da laufen ja viele Prozesse ab. Du hast eine Spritze bekommen, das stillt auch so ein bisschen die Blutung, dann hört die Spritze irgendwann wieder auf, dann fängt das wieder an zu bluten. Und durch das kontinuierliche Kühlen mit Pause kannst du aber auch so ein Break setzen. Und damit kannst du es auch verhindern, dass es so stark blau wird. Aber unterm Strich kann ich dir ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Regel, ja. Und wie wirst du das Ganze wieder los? Indem du eine Zeit lässt. Ja, das wird letztendlich einfach die Kaskane eines blauen Fleckes der ganzen Farbskala durchnehmen. Es ist blau oder vielleicht auch dunkel lila, es wird grün, es wird gelb. Und wenn es dich wirklich extrem stört, dann zieh vielleicht etwas Höheres an. Aber in der Regel denke ich mal, das ist eine Sache, die vor allen Dingen über Tage ganz schnell abgebaut wird. Das ist auch nochmal so ein Tipp, dass du einfach einschätzt, dass es sich über die nächsten Tage sich einfach verändern sollte. Wenn du jetzt irgendwie 14 Tage so einen richtig schwarzen, dunkelblauen Fleck da hast, dann solltest du schon nochmal zum Arzt gehen und das Ganze kontrollieren lassen. Aber das ist mega selten. Das soll es gewesen sein. Ich wollte dir einfach eine Einschätzung geben. Blauer Fleck, ist das schlimm? Nein. Was kannst du dagegen tun? Du kannst vorher kühlen, nicht so viel sabbeln, nicht so viel Bewegung darauf geben und dann musst du deinen Körper einfach Zeit lassen zu heilen. Der Körper baut diesen blauen Fleck ganz von alleine ab. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Schreib mir gerne mal einen Kommentar unter das Video, ob du selber einen blauen Fleck hattest, wie das Ganze für dich so abgelaufen ist. Und ich freue mich, dich im nächsten Video schon begrüßen zu dürfen, denn du weißt ja, jeden Mittwoch, jeden Sonntag 18 Uhr auf meinem Kanal. Ciao! Ciao!